Der Herr, der Gott Israels, Adonai Elohim, der Herr Zebau, der Herr der Herrscharen, Jesus Christus, er selbst, er, er ist der Rechtsanwalt seines Volkes und er wird für sein Volk die Juden eintreten. Amen. Darum, so spricht der Herr, siehe, ich will deine Rechtssache führen und die Rache für dich vollziehen. Ja, der Herr selbst wird die Rechtssache für sein Volk, für die Juden vertreten und er wird Rache üben an allen, die ihn verworfen haben und sein Volk. Amen. Amen.